Hey Leute, ich bin's der Mistler-Sieber-LP. Willkommen zurück zu Let's Play Mineshaw. Will mal uns erstmal öfen. Ähm, okay. Gut. Und gucken jetzt mal, wie sich das, wie das hier in dem, in dem, ne, Igloo aussieht. Ob das so reinpasst. Können wir einfach hier in den Ofen rein tun. Ah, das passt auch. Das geht auch eigentlich soweit ganz gut. Jetzt wäre es so. Jetzt könnt mal gucken, ob wir hier zum Beispiel hier und hier noch jeweils ne Dekoration reinstellen. Fackeln haben wir hier oben hängen. Jetzt können wir uns noch Glas für herstellen. Ähm, das sollte genügen. Jetzt schauen wir mal. So ist genügend wahrscheinlich doch noch nicht ganz. Das war hier halt so Fensterrandzimmer. Eigentlich ist die Hütte fast wie in der Monsterfalle. Also die zum Monsterfalle führt. Und zwar diese Hütte neben dem Brunnen. Sieht man jetzt kaum. Ich meine halt unser normales Haus. Ist immer für die Leute, die es nicht kennen. Aber ich glaube, das kennt eigentlich so gut wie jeder. Und wir gestalten den Scheiß hier noch aus. So sieht es doch ganz gut aus. Hier fehlen natürlich noch Türen. Die könnten wir uns mal herstellen. Jetzt müssen wir leider Tropenholz verballern. Aber das macht ja nicht so viel. Ähm, zwei Türen. Ach, scheiße, die können wir nicht stacken. Toll. Na geil, jetzt habe ich nicht genug Platz mit dem Inventar. War ganz so doll. So geil gefällt mir das Haus trotzdem noch nicht. Da setzt man hier noch Erde hin. Weiß nicht, irgendwas stört mich noch. Wenn man hier noch so einen Vorbauer am besten macht. Ähm, ich weiß nicht. Ich mach mal hier mal den weg. Und jetzt überlege ich, weil hier stört mich das noch. Ich mach mir jetzt mal. Ach, ich hab. Na gut, die brauchen wir aber auf Tropenholz. Basis. Schöner, wenn wir irgendwie, wenn wir wirklich auch mal den Tumendi-Items benutzen, um jetzt vielleicht das dann hier oben zuschneiden zu lassen. Nein, was soll denn das? Vielleicht wirkt das einfach, es soll vielleicht eine ganz normale Hütte sein, die einfach nur zugeschneit ist. Eine Schneehütte. Im Schnee. Alter. Im Schnee versunken. Mann, ey, ich hasse es immer. Immer ist das Inventar voll, ey. Kann ich erst kotzen kriegen. Was mit so unwichtigen Scheißdingen, ey. Mann. Hier, guck mal, hier haben wir es schon wieder falsch gebaut. Schon wieder nicht mehr konzentriert hab. Ähm, ich würd sagen, das wird fast einfach nur wie eine fast zugeschneite Hütte. Ähm, ich muss jetzt mal gucken, wie das hier oben aussieht. Ich mach mal hier nach innen raus jeweils. Wo dann hier dieses Ding zum Teil, dieses, die Holzdinger hinkommen. Die werden es jetzt mal herstellen. Sticks, 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 Sticks. Die Sticks werden gleich... Und schon ist das Inventar zu voll. Juhu! Könntest du es kotzen kriegen. Die wir gleich mal verarbeiten zu Zäunen. So. Hier, verpiss dich. So ist ein Soundteil. Mann, ey, das kotzt sich so an. Voll ist ein Inventar, ist immer scheiße. So, passt doch. Jawollo. Oh, was schön wär, wenn man jetzt irgendwie doch... Ich guck mal ganz kurz in den Atem, ob wir hier Schnee einfach haben. Ja, das hätten wir sogar. Könnten wir den Scheiß hier auch zuschneiden lassen. Hehehe. Hehehe. Okay, ich muss mal ganz kurz... Äh, die Teile hier wieder schnappen. Look. Ich muss hier nochmal das dicht machen hier. Überleg, ob ich hier nochmal hier eine Reihe weiter rausmachen soll. Sieht so komisch aus. Ja, das sähe besser aus. Immer, was soll's, machen wir hier nochmal. Nochmal so eine Reihe von... Tropen... Holz. Ach, das wird schon wieder Nacht hier. Ist ja auch eigentlich... Eigentlich sollte es noch gar nicht Nacht werden, jetzt vom Zeitabstand her. Hier könnte man nochmal so eine Treppen runtersetzen. Das Problem, wenn ich einmal was baue, wie... Jetzt hier, dann will ich es schon vernünftig richtig geil ausbauen, dass es schön aussieht. Okay, das haben wir hier mit dem Holzscheiße gesetzt. Jetzt können wir da nicht so eine Art Stütze dafür dieses Ding anbringen. Kann man es vielleicht hier so anbringen, was... Nee, das geht nicht. Nicht so, wie ich es will. Ich überleg's euch hier oben vielleicht noch. Creative mal ganz kurz. Jetzt mal wieder Ideen und einen Tag. Vielleicht einfach mal hier so eine Reihe machen. Und ja, genau, wir haben einfach schon wieder nicht genug. Das ist so meine Überlegung, wie ich das jetzt hier gestalten soll. Nein, schlecht. Ah, wir haben auch kaum mehr Holz bei. Soll mal wiederholen hier. Weil das ist halt immer das Problem, hieran könnte ich mich stundenlang aufhalten, dieses Design, weil es muss halt geil aussehen. Das muss ich mir auch... In, in mehreren Tagen muss es mir immer noch gefallen. Immer noch. Ich muss immer noch denken, geil, hast du geil gebaut. Nein, ich bin ja im Creative. Ach, fuck it. Ich wollte eigentlich umschalten, ne? Das kommt von so aus. Und jetzt haben wir jetzt schön den Schnee weg. Schlecht. Dann stelle ich ganz kurz auf Creative um. Und tu mir jetzt... Ah, komm, wir... Nee, übertun mir die Erhaltung, soll ich mir den Schnee nicht. Weil es gefällt mir nicht. Ähm, schlecht. So, was von was verzichten wir? So, jetzt schalte ich hier auf... Genau, jetzt auf Survival um und dann haben wir den... Das war weiße Wolle. Kein Schnee. Scheiße. Schnee. So, machen wir den ganzen Scheiß nochmal. Dann so... Nein. So, Survival. Und... Hap. Jetzt sollte es passen. Dann machen wir genau hier nochmal was anderes hin. Oh, ich will ja echt... Ich werde ein bisschen das Haus so ausbauen. Das macht so viel Spaß. Da kann echt so... Oh, so Millionen Sachen bauen. Ey, ganz ehrlich. Es ist einfach... Baaah. Man muss einfach bauen, 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 bauen. Und einmal muss ich dann noch den Too Many Items schon mal benutzen. Weil... Bis es nicht so mal schneit. Alles ist nur so eine Art Hilfe. Es ist ja kein Beruhig erschütterst. Sachen oder so. Sondern das ist... Das tut mir nur als gute Hilfe. Okay. Wir müssen die Kram tun auch mal wieder aufräumen. Was kommt denn da rein? Kürbis. Weil da so viel Scheiße drin ist. Hier. Wo soll ich denn jetzt die anderen Items unterbringen? Hier haben wir schon mal Sand. Ich zeige jetzt, wir brauchen Holz. Am besten wieder Tropenholz. Da haben wir gar nicht mehr so viel da. Oh, wir haben ja noch eine Axt. Können wir auch mal aus dem Inventar hier rein tun. Hm, Holz ist nicht mehr so viel da. Also Tropenholz. Da müssen wir mal an die Tropenpflege fliegen und mal ein bisschen Holz sammeln. Jetzt sieht das halt alles ein bisschen verkehrt aus hier. Verkehrt. Da passt das überhaupt zum richtigen Haus. Ich gehe jetzt mal wieder an den Flug. Ich muss mir das jetzt mal angucken. Von oben wie das aussieht. Man darf es jetzt halt auch nicht zu übertreiben. Hier müssten wir jetzt halt Äh, schlecht. Man soll ja umstellen. Hier müssten jetzt halt wieder unsere tollen Kollegen hier hin. Und Geht auch so ein Einer. Jetzt hier so eine Jetzt hier kommt ein normaler Schnee. Wäre geil. Ah, jetzt haben wir auch keinen Schnee bei. Das wäre mal geil. Jetzt haben wir hier noch eine Schnee bei. Okay. So. Dann müssten wir nochmal hier rundherum. Und dann müssten wir überall noch Schnee rauf machen. Das sieht mich sonst nicht mehr aus wie ein richtiges Iglu. Wir haben keinen Schnee mehr. Toll. Oh, die Folge ist fast rum. So konzentriert hier aufs konzentrierte Bauern. Weil ich muss es einfach Das muss geil aussehen. Wenn es nicht geil aussieht, dann bin ich nicht zufrieden. Dann stört mich das Iglu in dieser Welt. Das kann deswegen auch nach folgendem dauern. Bis ich da eine richtige Abstimmung für dieses Haus gefunden habe. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Ach, Quatsch. Wir haben aber keinen Schnee mehr. Das bedeutet für uns Schaufel herstellen. Schnee farmen. Wurde ich mir irgendwie Erfolge, weil man brauche ich überhaupt noch groß Schnee. Ach komm, nee. Lass. Wir versuchen es mal ohne Schnee. Ich muss jetzt hier beenden. Man sieht sich. Bis gleich.